Mein Vater war während des Krieges und in seiner Wehrdienstzeit in der Tannenbergkaserne. Meine Mutter hatte daran Erinnerungen, kannte Marburg und hatte die Stadt immer gefallen. Marburg ist mir auch aufgegangen in der Suche, ähnlich wie Tübingen. Eine kleinere Universität, die ganze Stadt war ja eine Universität. Und es war die räumliche Nähe, die ich auch gesucht habe, weil die mir gestattete, auch meine Mutter war Kriegerwettwirt, dann immer den Kontakt zu halten und nicht so lange entfernt zu sein. Aber ich muss sagen, die Stadt hat den Ausschlag gegeben. Ich hätte die auch woanders gesucht und hätte da gerne studiert. Das Erziehungswissenschaftliche Institut war von Leonhard Fröse und Wolfgang Klawski praktisch bestimmt zwei unterschiedliche Professorentypen, aber mit hoher Qualität mit Studentinnen und Studenten umgehen zu können. Ich war damals bei Professor Fröse, kannte aber auch Klawski, ein exzellenter Hochschullehrer, an den ich mich bei diesem Gespräch erinnere. Sie wissen, dass auch als Ohnesorg erschossen worden war, bei den Chartdemonstrationen in Berlin, stellte sich Klawski vor das Auditorium Maximum und hielt eine Rede an die Studentenschaft. Werde ich nie vergessen. Das zeigt die hohe Qualität eigentlich eines Erziehers, der bewusst auch politische Bildung betreibt, der ein Gespür dafür hat, wie aufgewühlt die Situation ist. Also das waren schon Persönlichkeiten, an denen man sich orientieren konnte. Es gab zwei Professoren, die mich in meiner Marburger Zeit sehr beeindruckt haben durch ihre Lehrtätigkeit und Forschungstätigkeit. Der eine war Professor Kunz mit einem langen Vorlesungsteil über den deutschen Bildungsroman bis in die Tiefe mit Gästen, die er einlod. Und der zweite war Wolfgang Abendroth in seiner Analyse des Grundgesetzes. Diese Vorlesung habe ich auch gehört. Die war hochinteressant. Er war ein begeisternder Hochschullehrer. Er war auch einer meiner Prüfer dann. Völlig, völlig, objektiv, klar, ungezwungen, legte sich auf die Couch, nahm sich eine Cola und prüfte mich. Und die Prüfung dauerte ja normal nur eine Dreiviertelstunde. Und wir hatten aber eine Atmosphäre, ich glaube, das hat über eine Stunde Prüfung gemacht. Aber weil es eben ganz interessant dann mit Fragen und Antworten hin und her ging. Der liberale Studentenbund, und das war damals besonders Klaus Horn, mit dem ich mich später angefreundet habe, hatte eine sehr aktive Deutschlandpolitik betrieben. Sie müssen sich damals die Situation vorstellen, Diskussion über Ode-Neiße-Linie, wie soll man mit der DDR umgehen. Und der war sehr aktiv und sehr offen. Er hatte den Volkskammerpräsidenten der DDR eingeladen. Das war ein kleiner Schock, auch für die Bevölkerung. Das fand dann in Marbach statt. Da gab es Gegendemonstrationen der Burschenschaften. Das heißt, es wühlte etwas auf. Ich war daran sehr interessiert, weil ich mich immer für Außenpolitik und für Geschichte interessiert habe. Und habe dann Klaus Horn einfach angesprochen auf der Mensabrücke, dass ich gerne zum liberalen Studentenbund vor allem aus diesen Gründen kommen würde. Das habe ich dann auch gemacht. Und so begann dann eigentlich studentisches politisches Engagement. In der Deutschlandpolitik, das ist auch mehrmals von denen in Zeitschriften beschrieben worden, waren wir eine fortschrittliche FDP. Wir waren mehr auf einem Kurs, der später ja dann auch in die Koalition mit Willy Brandt führte. Also die Scheel-Brandt-Konstellation. Der Beginn war allerdings noch unter dem früheren FDP-Vorsitzenden Erich Mende, ein deutschnationaler Mann eher. Und wir krempelten schon Strukturen in der FDP um. Das war unsere Wille. Und wir waren da auch sehr engagiert. Und der Kreisverband Marburg, in den ich dann eingetreten bin, war da mit an der Spitze auch in Hessen. Bis zu einem Wechsel, der uns dann zu Wolfgang Mischnick brachte in Hessen, der ja auch eine sehr moderne Deutschlandpolitik betrat. Und zu Gästen, die ich dann eingeladen habe, Werner Mayhofer zum Beispiel, auch Ralf Dahndorf. Das waren ja Persönlichkeiten, an die wir uns dann einfach gewandt haben in diesem Wandel. Ich war klar gegen die Notschutzgesetze. Und wir hatten dann mit Wolfgang Mischnick und Oswald Kohut, einen hessischen Abgeordneten, der auch Landesvorsitzender der FDP war, einen Partner. Er war ebenfalls gegen die Notstandsgesetze. Und die Bundestagsfraktion entschied sich dann auch dagegen. Das war einer unserer größten kleinen Erfolge an der Basis, dass wir doch Mitglieder des Bundestages bewegen konnten, dagegen zu sein. Mir war völlig klar, dass die Bundesrepublik Deutschland eine solche Gesetzgebung nicht brauchte. Und ich habe mich auch entsprechend verhalten und engagiert. Wir waren vielleicht da auch bei der ersten Demonstration noch etwas sehr zurückhaltend und wollten da keine großen Unruhe. Wir wollten eben nur demonstrieren. Und wir wurden doch sehr gebeten, einen Weg an der Lahn entlang zu laufen, was heute sich keiner mehr, der eine Demonstration anmeldet, gefallen lassen würde. Man will mitten rein. Es wurde aber dann dichter mit Demonstrationen. Und die wechselten sich dann in immer kürzeren Abständen ab. Also dann fasste man auch mehr Mut und sagte, wir wollen uns jetzt hier auch zeigen mit den Themen. Die Marburger FDP hatte jetzt nicht speziell mit dem SDS zu tun. Sie teilte nicht dessen Auffassung, ich auch nicht. Aber wir hatten ein Bündnis im ersten Studentenparlament, dem auch der SDS und andere angehörten. Also der politischen Hochschulgruppen. Das muss man aus der Zeit verstehen. Die Kontroverse lief zwischen politischen Hochschulgruppen und Burschenschaften. Das kann man sich heute gar nicht mehr so vorstellen. Aber wir haben im Studentenparlament nach Partnern gesucht, mit denen wir verhindern konnten, dass sehr konservative Burschenschaften dort mehrheitlich vertreten waren. Das war ein richtiger Wahlkampf innerhalb der Studentenschaft damals. Im Übrigen durch die Arbeit im Studentenparlament, an der ja auch Kollegen teilgenommen haben, denen ich später in der Politik begegnet bin. Nehmen wir Fritz Bohl, den späteren Kanzleramtsminister bei Helmut Kohl, Bernhard Zelzer im Europaparlament und viele andere, denen ich begegnete. Da entwickelten sich doch dann persönliche Beziehungen. Wir hatten dann auch Brückenschläge in sehr fortschrittliche Burschenschaften, die auf uns zukamen. Und da gab es dann einen atmosphärischen Wandel durchaus durch parlamentarische Arbeit. Die Impulse für politisches Engagement in politischen Themenbereichen habe ich damals herausgebildet, wie auch immer. Aber man wird auch immer erwachsener. Heute würde ich sagen, man sollte nicht glauben, dass man seine Überzeugung wie auf einem weißen Blatt Papier für die ganze Menschheit regeln könnte. Man muss auch die Kraft haben zu erkennen, dass das Leben zu kurz ist, um die Welt gänzlich neu zu erfinden. Man muss immer wieder anknöpfen. Der Gedanke war bei den 68ern weniger ausgeprägt. Und dahin habe ich mich aber eher heute entwickelt.